Ruhate, ach taue der Himmel heran, doch regne der Wolken die göttliche Glaub. Schick uns den Geräften auf den Kurs, o Ort, die frommen Zeitanen, o Gott. Ruhate, ach taue der Himmel heran, tu auf dich, o Erde, und bring uns her für, den Heiland der Menschen, wir fliegen zu dir. Der Menschwerden wollte als ewiger Gott, ob uns zu ernettern von Gott. Johannes, der Täufer stand, stimmet den Tod, es war seine Stimme aus, der Wüste, der Tod. Er ruft alle Menschen, die im Herzen jetzt zusammen, den Weg zu bereiten fürs Land. Ruhate, ach taue der Himmel heran, so bring denn Maria den göttlichen Glaubst, denn du als ein Jungfrau in Farben schon weißt. O schenke uns, Jesus, das menschliche Heil, und macht uns den Himmel zu klein. In E Offen Kurs 08472 2 Untertitelung des ZDF, 2020